Geht es um digitale Selbstverteidigung, also IT-Sicherheit, bekommt man schnell den Eindruck, man ist einer unendlichen Anzahl an Problemen und potenziellen Bedrohungen ausgeliefert. Um hier den Überblick zu behalten, sollte man systematisch vorgehen. Profis machen hierfür oft eine Bedrohungsanalyse, auch Threat Model genannt. Die funktioniert so. Zu jedem Lebensbereich stellt man sich vier Fragen. Erstens, was will ich schützen und um welche Daten geht es? Je nachdem, ob es um Urlaubsfotos, Log-in-Daten fürs Online-Banking, deine persönlichen Chat-Verläufe oder Dokumente von deinem Arbeitgeber geht, jede Form von Daten muss logischerweise unterschiedlich stark geschützt werden. Zweitens, wovor bzw. vor wem müssen sie geschützt werden? Dazu zählen dann Unternehmen, die Polizei, kriminelle Betrüger, StalkerInnen oder einfach neugierige Fremde. Aber auch Familienangehörige oder enge Freunde. Je nachdem, um welche Daten es geht, muss man sich überlegen, gegenüber wem man sie schützen sollte und wie viel Expertise und Aufwand die Gegenseite investieren könnte. Drittens, wie werden die Daten geschützt? Das könnte beispielsweise Verschlüsselung sein, eventuell in Kombination mit dem Ablegen auf einer externen Festplatte im Schrank, ein Zugang über Rechtemanagement, das Speichern auf einem Gerät, das immer mit Updates versorgt wird und sich nur mit Hilfe einer guten PIN entsperren lässt oder das Nutzen von guten Passwörtern oder Zwei-Faktor-Authentifizierung. Viertens, Bewertung, ob der derzeitige Schutz angemessen und ausreichend ist. Je nachdem, von wem die Daten stammen und um welche Daten es geht, kann dies sehr unterschiedlich sein. Batman muss seinen Standort besser schützen als Bibi und Tina aus der 9a. Und die eigene Hausübung kann man zur Not auch mal ohne Passwortschutz verschicken, wenn gerade das Netzteil zu rauchen beginnt. Aber wir alle haben etwas zu verbergen, deshalb schützen wir uns auch durch das Tragen von Kleidung und verwenden Passwörter. Überlegt man sich mit Hilfe des Threat Models also gründlich, für welche Daten welche Gefahr droht und welche Szenarien am bedrohlichsten sind, dann kann man mit dem geringstmöglichen Aufwand seine Daten bestmöglich schützen. Dabei sollte man aber nie vergessen, dass IT-Sicherheit kein fixer Zustand ist, sondern immer ein Prozess. Was heute noch wertvolle und schützenswerte Daten sind, kann schon morgen getrost geteilt werden. Und der perfekte Schutz vom letzten Jahr könnte sich schon morgen als unsicher herausstellen. Datensparsamkeit ist übrigens der beste Schutz. Daten, die gelöscht werden, wenn wir sie nicht mehr brauchen, oder noch besser, die gar nicht erst gespeichert werden, können uns oft viel Arbeit und viel Ärger ersparen.